Ansonsten wisst ihr, wir sind in einer Reihe. Reihe heißt immer, ich fange an mit, ich habe kein freies Thema, ich darf nicht Apostelgeschichte weitermachen. Heute gibt es 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Und ich will euch den Text ganz am Anfang einmal vorlesen, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir, in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Indem ich Leid ertrage bis zu den Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich auch alles um der auserwählten Willen, damit auch Sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Okay, das ist der Text. Ich möchte mal Folgendes machen, weil das ist ganz schön viel Text. Das ist manchmal so, wenn man Texte zugewiesen bekommt, dass man so als Prediger sich das durchliest und denkt, aha, vielen Dank. Ich versuche mal jetzt in einem ersten Schritt den Text ein bisschen verständlicher zu machen. Ich strukturiere ihn mal und so, dass ihr seht, in dem Text, der war eben so durchlaufend unverständlich, gibt es fünf Aufforderungen, drei Bilder und das Thema Leid. Okay, also das ist jetzt nicht so kompliziert. Die Aufforderungen sind braun. Sei stark in der Gnade. Nimm teil, nein Quatsch, vertraue treuen Menschen an, was du selber empfangen hast. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Bedenke, was ich sage und halte im Gedächtnis Jesus Christus. Fünf Aufforderungen. Und dann finden wir hier noch drei Bilder. Da ist einmal, wer Kriegsdienste leistet, das Bild vom Soldaten. Dann der Athlet, das ist der, der am Wettkampf teilnimmt. Und der Bauer. Drei Bilder. Und hier unten ist so ein Block, da werden wir sehen, der dreht sich um das Thema Leid. Warum zeige ich euch das? Also zum einen ist es relativ viel Text. Und wenn man so als Prediger so einen Text bekommt, hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann wirklich über den Text predigen. Oder ich kann was mit dem Text machen, sodass ihr am Ende wisst, was der Text sagt, obwohl ihr ihn euch eigentlich selber gepredigt habt. Also was ich meine, ist Folgendes. Stell dir vor, du machst stille Zeit. Der Begriff stille Zeit, ein ganz antiquierter Begriff. Ich weiß gar nicht, ob man den heutzutage noch verwendet. Als ich in die Jugend ging, Anno Dutz, das ist noch, da gab es noch D-Mark. Also als ich in die Jugend ging, war stille Zeit ein Terminus technicus, ein Fachbegriff für die Zeit, die ein Christ jeden Tag alleine mit Gott verbringt. Und üblicherweise macht man da singen, man betet, man liest in der Bibel und man denkt über das, was man gelesen hat, nach. Und das wäre so ein typischer Text für eine stille Zeit. Das liest man so und ich dachte mir, vielleicht machen wir heute mal Folgendes. Stell dir vor, du hättest heute Morgen diesen Text gelesen in deiner stillen Zeit. Ihr hättet euch ja vorbereiten können auf den Gottesdienst. Das ist ja etwas gar nicht so Unmögliches. Also theoretisch. Hättet ihr das gewusst, was drankommt? Das überrascht jetzt niemanden. Also denke ich. Also stellt euch vor, ihr hättet den heute Morgen gelesen. Was hättet ihr damit tun können? Und ich möchte euch zeigen, ein Konzept, das ist so ganz simpel, wie man mit einem solchen Text in der stillen Zeit arbeiten kann, dass man am Ende rauskommt und sagt, ach, so einfach ist das? Also ein bisschen Bibelstudium für Normalos. Es gibt so die Freaks. Ich bin ein Freak. Und dann gibt es die Normalos. Das sind die, die sagen, hey, ich bin auch total begabt, das Reich Gottes voranzubringen, nur nicht an der Stelle, wo man englischsprachige Kommentare liest. Das ist nicht meins. Okay. Also, wie kann man mit so einem Text umgehen? Und ich bringe euch mit das Konzept Kuba. Nicht K-Ba, sondern Kuba. Und Kuba steht für vier Fragen, die ich an einen solchen Text stelle. Frage Nummer eins. K, was ist klar? U, was ist unklar? B, was sagt der Text über meine Beziehung zu Gott? Also, so wie man mit Gott leben kann. Und dann gibt es noch A, wie kann ich den Text anwenden? Ihr merkt, das ist wirklich schön einfach, oder? Also, ihr könnt euch heute nicht, am Ende der Predigt echt nicht beschweren, dass es zu schwer war. Wir machen jetzt mal mit unserem Text Kuba. Und wir starten mit den ersten beiden Fragen. Was ist klar und was ist unklar? Okay, wir gehen jetzt einmal durch den Text und schauen uns an, was ist alles klar? Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Du liest so einen Satz, ist der schwer? Nö. Ist er klar? Ja, logisch. Sei stark. Ist nicht schwer. Vielleicht ist nicht ganz klar, das würde ich so unter unklar packen, was heißt das in der Gnade? Das klingt so ein bisschen fremd, aber ansonsten ist der Vers ganz einfach. Vers Nummer zwei. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Klar? Ja, irgendwie schon. Ich habe was gehört und das haben auch andere gehört, dass ich das gehört habe und das gebe ich einfach weiter. Es gibt also Wissen, was ich habe, das dazu da ist, an andere weitergegeben zu werden. Ist nicht kompliziert. Gut. Drittens, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Schwer? Nö. Ist alles klar. Die Aufforderung ist klar. Es gibt Leid, du bist Streiter Christi, Soldatin oder Soldat. Du musst an der Stelle einfach mitmachen. Es gehört zum geistlichen Leben dazu, dass wir uns in einen geistlichen Kampf hineinbegeben. Und das steht hier natürlich aus einem einfachen Grund. Es steht hier, weil wir in der Gefahr stehen, uns dem Leid zu entziehen. Also, nimm teil steht hier, weil man vielleicht gerade beim Thema Leid in der Gefahr steht zu sagen, nee, möchte ich nicht. Das ist aber wichtig, dass wir das tun. Und Paulus wird uns gleich noch sein eigenes Beispiel präsentieren. Und dann kommt unter dieser Überschrift, nimm teil an den Leiden, als ein guter Streiter Christi Jesu, kommen drei Bilder. Und ganz ehrlich, die sind auch nicht schwer zu verstehen. Punkt 1. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Wenn du sagst, ich werde Christ, was ein bisschen so heißt, als ich werde Söldner, in einem globalen Konflikt, wo mich der, der mich angeworben hat, nämlich mein König, als sein Repräsentant, als sein Krieger hineinstellen darf, als ein Krieger des Lichts, eine Kriegerin des Lichts hineinstellen darf, in einen kosmischen Konflikt, um das Evangelium zu predigen und dem Bösen Stück für Stück Seelen zu rauben, naja, an der Stelle habe ich einen Job zu erledigen und ich darf mich dann auch nicht um etwas anderes kümmern. Das ist der Fokus für mein Leben. Und deswegen muss ich als Christ Nein sagen zu Ablenkungen, zu den Dingen, die mich davon abhalten, meinen Job zu erledigen. Wie gesagt, der Text ist wirklich einfach. Auch das nächste Bild verstehen wir irgendwie sofort. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Das eine war Fokus, jetzt geht es um Fairness. Wenn du Athlet bist, darfst du nicht schummeln. Ja, Lance Armstrong, kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist der, der geschummelt hat. Schummel Lance. Er hat die Tour de France gewonnen, immer wieder. Und jetzt, dann hat man es ihm irgendwann aberkannt. Er hat geschummelt. Darfst du nicht, darfst du nicht dopen. Und das Gleiche gilt im geistlichen Leben. Ich muss gesetzmäßig kämpfen. Ich muss mich an die Regeln halten, die Gott vorgibt. Ist doch logisch. Vielleicht nicht ganz so klar, was heißt das jetzt, gesetzmäßig kämpfen und was wäre jetzt, wie soll man es nicht machen? Das steht nicht hier. Das könnte so eine Frage sein. Zu sagen, ja, ich verstehe schon, soll mich an die, aber was darf ich nicht? Das wäre eine interessante Frage. Nächster Vers, der Bauer. Und der Bauer ist auch wieder einfach. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Logisch. Wenn ich die Dinger anbaue, diese Knollen da, und ich hole die da aus dem Boden raus, dann darf ich die auch als Erster braten. Unklar vielleicht, warum steht das da an der Stelle, das Bild? Also nimm teil an den Leiden, ja, und dann der Soldatfokus, Fairness, und jetzt Früchte? Das ist eine komische Entwicklung der Bilder. Das ist vielleicht ein bisschen unklar. Aber der Text selber, du liest den Text und sagst, check, check, check. Und bei, das ist Paulus, ihr müsst euch vorstellen, bei Paulus machst du beim Lesen einfach check, check, check. Der Hammer, oder? Also noch ein bisschen weiter. Wir hatten Fokus, Fairness, Früchte, Vers 7. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Ist das klar? Ach komm, ihr dürft nicken, ja, das ist klar. Ja, ich soll nachdenken, steht da. Super. Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Ist das klar, was hier steht? Ja, das ist es. Wenn du schon am Nachdenken bist, denk über Jesus noch. Und du denkst dir so, einfach kann es doch nicht sein. Doch. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Und jetzt kommt Paulus mit diesem großen Block Leid. Indem ich Leid ertrage, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Verstehen wir, was Paulus sagt? Na klar verstehen wir ihn. Ich bin im Gefängnis. Ich ertrage Leid. Ich werde behandelt wie ein Übeltäter. Aber Freunde, das Evangelium ist nicht gebunden. Ihr sitzt hier mit diesen komischen Masken, müsst zwei Gottesdienste machen, fühlt euch total drangsaliert und leidvoll. Aber wisst ihr was? Das Evangelium ist nicht gebunden. Ist das nicht cool? Ja? Du kannst die Leute ins Gefängnis stecken, du kannst alles machen. Aber du wirst es nicht hinkriegen, das Evangelium zu binden. Das steht da. Und dann geht es weiter. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das ist wieder so ein Paulus-Vers. Wenn ich fragen würde, ist alles klar, würdet ihr sagen, ja, ja, so, öh. Das ist so ein Vers, wo man so mit dem dicken Daumen draufschaut und sagt, fast klar. Aber ich weiß, wo es hingeht. Paulus sagt, ich erdulde das, weil da gibt es andere, die Auserwählten, die kriegen Rettung. Also mein Leiden macht Sinn, dass andere gerettet werden. Das ist völlig klar. Und dann sagt er, wenn er das so erklärt, das Wort ist gewiss, also ganz sicher, ja, was denn, welches Wort? Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Und jetzt könnte die Frage aufkommen, who? Was meint er mit mitgestorben? Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder biologisch gestorben oder bei meiner Bekehrung geistlich gestorben. Also ist der alte Jürgen gestorben bei seiner Bekehrung oder ist der Jürgen gestorben, der so vor euch steht? Und die Antwort ist ganz einfach, es ist der alte Jürgen bei der Bekehrung. Der ist mit Jesus gestorben und mit Jesus auferweckt worden. Das heißt, wenn wir mitsterben, wenn wir uns, oder mitgestorben sind, wenn wir uns wirklich bekehrt haben, wenn wir den Sünden gestorben sind, mit, dann werden wir auch mitleben. Dann kommt da hinten nach der Bekehrung auch ein Auferstehungsleben raus. Wer mit stirbt, wird mit auferstehen. Wer sagt, ich bin kein Sklave der Sünde mehr, der wird zu einem Kind Gottes. Ich gebe zu, das ist hier sehr kurz gehalten, die ganze Idee würde in Römer 6 nochmal deutlich weiter ausgeführt werden. Das könnt ihr auch gerne nachlesen. Aber klar ist aus, Sklaven der Sünde sind gehorsame Kinder Gottes geworden. Das ist völlig klar. Und es ist auch nicht schwer zu verstehen, was hier steht. Wenn wir ausharren, werden wir mitherrschen. Wenn wir in diesem Leben ein Ja finden zum Leid und sagen, ich knicke nicht ein, ich halte durch. Gott hat mir einen Job gegeben, das Evangelium in eine feindliche Welt hineinzutragen, als sein Krieger. Und ich werde das Evangelium predigen. Und ich werde den Widerstand aushalten. Ich werde das Leid ertragen. Wenn ich hier ausharre, dann verspricht mir Gott, dann werde ich mitherrschen. Was auch immer das im Detail sein mag, das will ich jetzt an der Stelle gar nicht erklären. Mir ist wichtig, dass du das liest und sofort verstehst, worum es geht. Wenn ich hier ausharre und nicht einknicke, logisch, dann wird Gott mich dafür belohnen. Ist doch selbstverständlich. Übrigens auch das Gegenteil gilt. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn du einknickst, wenn du sagst, also mit diesem Jesus, da habe ich wirklich nichts mehr am Hut, das war früher mal, das war so eine Kindergeschichte, da war ich so in der Kinderstunde und dann in der Jugend habe ich mich da vielleicht auch bekehrt, aber da ist eigentlich jetzt nichts mehr dran. Das habe ich lange hinter mir gelassen, das war so eine Jugendsünde quasi. Da will ich nicht mehr. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Paulus macht nichts weiter, als dass er das wiederholt, was der Herr Jesus selber gesagt hat. Ich lese euch da mal eine Stelle aus Matthäus 10 vor, Vers 32 und 33. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du sagst, ich gehöre dazu, dann wird der Herr Jesus mal sagen, ey, der gehört zu mir. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, wenn du dich hinstellst und sagst, nee, mit dem habe ich nichts zu schaffen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und in dem Moment, wo ich das so formuliere, kommt sofort die Frage auf, ja, aber was bitte schön ist, wenn ich Jesus, ich verleugne ihn, aber eigentlich wollte ich ihn gar nicht verleugnen. Kennt ihr? Also so eine Verleugnung, die irgendwie gar nicht, so ein Petrus-Ding. Also Petrus verleugnet den Herrn, er sitzt ja in diesem Hof, wird gefragt, gehörst du auch dazu? Nein, nein, nein. Aber während er das noch tut, fängt er quasi schon zu heulen an, der geht raus aus dem Hof und ist eigentlich total traurig über das, was er getan hat. Also was, wenn du gar nicht verleugnest im Sinne von, ey, mit diesem Jesus, das ist Geschichte, damit will ich nichts zu tun haben, sondern eher so unter Druck zusammenbrichst, in einer bestimmten Situation einfach nicht deinem Mann, deine Frau stehen kannst, ein bisschen feige, ein bisschen untreu bist, was ist denn dann? Gilt dann auch das, was hier in Vers 12 stand? Nein, würde jetzt Paulus sagen, wenn wir untreu sind, also wenn es nicht um echtes Verleugnen geht, sondern darum, dass du mal so einen Moment der Schwäche hast. Oder du selber merkst, boah, was war denn das für ein Stuss? Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Musst du dir keinen Kopf machen. Gott weiß ganz genau, wie es in deinem Herzen aussieht. Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also auch das ist eigentlich klar. Vielleicht könnte man hier noch überlegen, bei diesen letzten beiden Versen, was bedeutet es denn zu verleugnen? Also wie, was muss ich da genau tun? um Gott zu verleugnen? Wenn man sagt, ich möchte Sie auf Nummer sicher gehen, dass mir das nicht passiert, wo fängt denn das an? Das wäre noch eine interessante Frage. So, was haben wir gemacht? Ihr erinnert euch? Wir haben Kuba uns die ersten beiden Fragen angeschaut. Also was ist klar und was ist unklar? Und mir ging es um Folgendes. Mir ging es darum, das ist ein super schwerer Paulus Text. Also es gibt noch ein bisschen schwerere Texte, aber du musst schon suchen. Und wenn wir diesen Text durchgehen, dann wirst du einfach durch lesen, ganz viel verstehen. Ist klar, ist klar, ist klar. Ja, man kann noch ein bisschen tiefer gehen. Aber für dich persönlich, wenn du ganz grob wissen willst, worum geht es in diesem Text, da kriegst du in acht von zehn Versen sofort mit, hab ich, hab ich, check, yo, go, verstanden, klasse. Und es ist wichtig, dass wenn du stille Zeit machst und Bibel liest, dass du nicht, was ganz normal ist, ihn liest und sagst, äh, verstehe ich nicht. Hm, was soll denn das? Wen meint er denn hier? Ja, dann hast du vier Fragen am Ende deiner Bibellese, aber den Eindruck, nichts verstanden zu haben. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich fokussierst auf die Frage, was ist mir klar? Und dann stellst du fest, wow, ich hab von den 13 Versen, ich hab eigentlich zehn Verse total verstanden. Und in drei Versen hätte ich mal noch eine Anmerkung. Das ist wichtig, das ist für die Emotionen beim Bibellesen total wichtig, dass du rausgehst und sagst, ja, ist gar nicht so schwer. Also ich hab richtig viel. Klar, unklar. Und wenn du das hast, dann packst du deine Ergebnisse in diese beiden Container. Das ist klar, Container 1. Was da drin steht, da machst du Folgendes mit. Da überlegst du dir, wie kann ich das, was ich hier verstanden habe, was ganz offensichtlich da steht, wie kann ich das bewahren und wie kann ich das anwenden? Das ist das, wo du sagst, da ist mein Job, ich muss dafür sorgen, dass ich das nicht vergesse. Weil du hast es ja verstanden, was soll denn Gott mehr machen? Ja, also du möchtest, dass Gott zu dir spricht, das waren die Verse, wo er gesprochen hat. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass Gott noch mehr sagt. Es geht darum, dass du nicht vergisst, was er gesagt hat. Und da gibt es dann manchmal Verse, die liest man und da hat man den Eindruck, der Heilige Geist hätte die so mit einem gelben Filzstift unterstrichen. Die springen einem förmlich so ein bisschen wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Gremlin an und wollen einem was. Diese Verse kann ich nur sagen, die gehören eigentlich dahin, dass man sie auswendig lernt. Weil es sind Verse, wo der Geist Gottes sagt, hey bitte, einfach so ein ganz klein bisschen nachdenken, das ist alles. Mehr möchte ich von euch nicht. Kuba, das ist das Thema. Was ist klar, was ist unklar, was sagt der Text über meine Beziehung zu Gott und dann das Thema Anwendung. Kurz das Thema B. Bleibe nicht bei, was ist klar und unklar stehen, sondern reflektiere über den Text mit Hinblick auf deine Christusbeziehung und da gibt es jetzt natürlich ganz viele Punkte. Was sagt unser Text über die Beziehung, die ich mit Gott führe? Ich weiß nicht, wie viele Punkte du jetzt hören möchtest. Du kannst wahrscheinlich ein Dutzend Punkte daraus ableiten. Je nachdem, wo du gerade stehst und wie der Geist Gottes dir diesen Text auch ein Stück weit im Blick auf Beziehung aufschließt. Du könntest, ich habe euch einfach nur drei Punkte mitgebracht, du könntest zum Beispiel sagen, dieser Text zeigt mir, dass ich einen König habe und in einem Krieg stehe. Also ich kann Beziehung zu Gott nicht denken, ohne diesen Aspekt des Beauftragtseins. Ich bin hier, weil mein König durch mich sein Reich bauen will. oder du könntest sagen, die Menge an Leid in meinem Leben sagt überhaupt nichts darüber aus, wie sehr Gott mich liebt. Paulus sitzt im Gefängnis und fühlt sich total geliebt und voll mittendrin in genau dem Willen Gottes. Leid ist einfach ein natürlicher und normaler Bestandteil eines geistlichen Lebens, vor allem eines geistlichen Lebens, dass es darauf anlegt, Gott zu gefallen. Oder du könntest, und ich sage das mal, weil es so selten auch gepredigt wird, du könntest sagen, hey, ich kann die Beziehung zu Gott auch verpuschen. Also geistliches Leben scheint kein Spiel zu sein, sondern hat viel mehr so einen Wettkampfcharakter, als mir das vielleicht manchmal lieb ist. Und ich kann durch mein Leben mir selber und auch Gott zeigen, wie es mir um ihn steht. So, ich finde selber heute, was weiß ich, ja, auf dem Weg nach Hause noch fünf, sechs, sieben Punkte. Wichtig ist, dass du dir Gedanken machst, was sagt der Text über die Beziehung, die Gott zu mir pflegen möchte. Weil das ist im Kern der Punkt deines geistlichen Lebens, deine Gottesbeziehung. Und dann verlasse einen Text nicht ohne Anwendung. Warum ist das so wichtig? Erstmal, was ist eine Anwendung? Eine Anwendung ist etwas, das hört sich so an, ich werde heute, weil ich das gelesen habe, das und das tun. Eine Anwendung lässt den gelesenen Text praktisch werden. Eine Anwendung darf nicht zu groß sein, also wenn du sagst, ich werde heute die Welt retten. Nein, das machst du nicht. Das kannst du dir wünschen, aber das ist zu groß. Eine Anwendung hat damit zu tun, dass ich Gott darum bitte, dass er mir ein Prinzip oder ein Gebot, ein vorbildliches Verhalten, eine Warnung aus dem Text wichtig macht. Also ich bitte Gott her, zeig mir irgendwas in dem Text, was wichtig ist und was ich heute ausleben kann. Ich weiß, ich habe euch mit dem Thema Anwendung schon öfter traktiert, aber es kommt immer mal wieder, einfach weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, geistliches Leben funktioniert nicht wie so ein Frosch, sondern geistliches Leben funktioniert so, dass ich kleine Anwendungen schaffe, ganz kleine Anwendungen, jeden Tag irgendeine Kleinigkeit mache. Das sieht man kaum, was man da so tut. Der Punkt ist, wenn du jeden Tag dich ein Stückchen weiterentwickelst, jeden Tag sagst, ich möchte eine kleine Sache umsetzen, eine Sache machen, weil ich diesen Text gelesen habe, eine kleine Sache voranbringen, nur eine kleine Sache, nichts, wo ich danach denke, boah, ich habe ja keine Zeit, sondern irgendwas, was mich keine 20, keine zwei Minuten kostet. dann wirst du irgendwann feststellen, oh, 365 Anwendungen im Jahr. Wow, es hat mich verändert. Es hat mich wirklich verändert. Es hat mich vorangebracht. Und das Wichtige ist, dass wir begreifen, es geht im geistlichen Leben um Wissen, aber nicht nur um Wissen. Es geht darum, dass das Wissen mein Leben prägt. Wir können diese Prägung unseres Lebens nicht ohne Wissen machen. Deswegen müssen wir lesen, überlegen, was ist mir klar, was ist mir unklar. Aber aus dem, was mir klar ist, muss ich dann eine Anwendung formulieren. Und die muss ich umsetzen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, hier, das ist jetzt eine ganz banale Sache. Hier steht, dass das, was ich gelernt habe, das soll ich weitergeben an andere. Das steht hier. Du könntest sagen, okay, ich erzähle meiner kleinen Tochter heute eine biblische Geschichte, Geschichte extra und was ich daraus gelernt habe. Das kann doch keine Anwendung sein von dem Text. Hier geht es doch eigentlich um Gemeindeleiter, die zukünftige Gemeindeleiter zurüsten sollen und sich nur die Besten aussuchen. Ja, kann sein. Aber für dich persönlich, wenn du gerade keinen Gemeindeleiter bei der Hand hast, den du ausrüsten kannst, damit neue Gemeinden zu gründen. Wie wäre es, wenn du deiner kleinen Tochter eine Bibelgeschichte erzählst? Verstehst du? Du kannst das Prinzip dahinter, ich gebe weiter, was ich habe, an Leute, die es brauchen und wo es passt. Das kannst du doch einfach umsetzen. Oder hier. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Anwendung? Heute Abend werde ich meine Lieblingsserie nicht anschauen und die 40 Minuten in der Fürbitte für die Geschwister mal so richtig ranklotzen. Ja, wäre doch mal cool, oder? Also ich verwickel mich mal nicht in die Beschäftigung des Lebens. Keine Ahnung, was du morgen machst. Du musst dir auch nicht vornehmen, nie wieder eine Serie zu schauen. Darum geht es nicht. Aber du kannst doch sagen, heute spricht mich der Vers so sehr an, dass ich das gern mal ausprobieren würde. Oder nehmen wir Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Eine Anwendung wäre, ich möchte mir heute noch mal 5 Minuten Zeit nehmen, ganz bewusst über Jesus nachzudenken, über den Einsatz, den er für mein Leben gebracht hat, ihm noch mal danken. So eine kleine Extrazeit. Ich, eine Tasse Kaffee und mein Nachdenken über Jesus. Das ist eine Anwendung. Und ihr merkt, bitte häng es nicht zu hoch auf. Sonst willst du der Frosch sein, der springt. Das funktioniert nicht. Mach es klein. Mach es klein und jeden Tag und du kommst voran. Das ist das, was deine Seele braucht und sich wünscht. Glaub mir das bitte. Oder du könntest in Vers 11 hier, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Du könntest dich daran erinnern, dass ich gesagt habe, Römer 6 ist an der Stelle wichtig. Vielleicht denkst du dir, okay, dann lese ich heute Abend eben noch mal Römer 6 durch. Einfach noch mal schauen, was ich da so finde. Wie werden da diese Prinzipien mitsterben und mitleben, wie werden die da aufgearbeitet? Mach irgendeine Kleinigkeit, aber mach es jeden Tag. Und ich garantiere dir, geistliches Leben wird in deinem Leben einfach passieren. Das wird nicht passieren, wenn du einfach nur liest. Das ist das Problem. Du musst vom Lesen zum Tun kommen. Seid nicht nur Hörer, sondern Täter. Und der Übergang vom Hören zum Tun hat etwas mit Sinnen und Anwenden zu tun. Und das macht für euch Kuba. Letzter Gedanke. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit euch machen würde, wenn ihr jeden Tag einen Text lest und euch einfach nur aufschreibt, was habe ich verstanden? Und jedes Mal sagst, ja, 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 ja. Also, dass man liest mit Freude, ist total wichtig. Und dass du, wenn du sagst, ich habe hier noch Fragen, sagt, yeah. Freunde, ich kriege euch. Wie so ein Rätsel. Dass man sagt, die kriege ich geknackt. Dauert vielleicht 20 Jahre. Also, ich habe auch noch Fragen an die Bibel. Jürgen Fischer hat Fragen an die Bibel. Ist wirklich so. Und ist nicht schlimm. Ich habe vielleicht noch ein Vierteljahrhundert Zeit. Wir kriegen die. Gelöst. Und so musst du rangehen. Und da musst du dir Hilfe holen. Da darfst du forschen. Weiterdenken. Immer mehr verstehen. Und dann Beziehung. Denk über das Thema Beziehung nach und versteh jeden Tag ein bisschen mehr. Was heißt es, in diesem Leben mit Gott zu leben? Und dann jeden Tag eine Anwendung. Jeden Tag ein kleiner Schritt. Nichts Großes. So eine extra Portion Lebensveränderung. Wo du sagst, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich habe Gott gehört, wie er zu mir gesprochen hat. Und ich möchte nicht nur ein Hörer, ich möchte ein Täter sein. Und wenn du das tust, dann verspreche ich dir, dann geht es in deinem Leben voran. Ich übergebe an Emily. Und ich möchte ein Täter sein. Und ich möchte ein Täter sein. Und ich möchte ein Täter sein. Und ich möchte ein Täter sein.